Hallo liebe Freunde, wir spielen hier ein kleines Spiel und das heißt Parkour City und ihr werdet sehen, wir werden Spaß haben. Ja! Und... Ja! Und... Ja! Super! Weiter! Und ja! Oh! Oh! Hä? 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 grammiipal! Ja, hab ich schon meinen. Nein, warum spring ich? Der hat sich aber hart den Kopf angeschlagen. Was? Was hat der da gerade gemacht? Also der... Erstens, ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen. Vielleicht hört man auch immer... Vielleicht hört man auch hier immer das Klicken. Aber... Vielleicht auch nicht. Ey, der wollte gerade anf... Ey, wie der sich da verklemmt. Er wollte gerade springen. Ja, also es hätte nicht mehr lange gedauert. Und der wäre gesprungen. Aber wenn er immer solche Stunts hier macht, das ist lebensgefährlich, Leute. Also ich... Empfehlt es euch nicht, denn ich denke, der ist ganz schön tot. Come on. Das kann nicht wahr sein. Hier soll ich jetzt nicht springen. Jetzt... Ach, warum springt ihr denn nicht hier? Hä? Hä? Ja, toll. Okay. 88. Okay, na, mal sehen. Vielleicht knacken wir die 88. Ey, das hat der so verdient. Wer sowas lebensgefährliches macht, der... Sollte ich im Klaren sein? Was? Ich bin darauf gelandet! Hä? Ja, 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 bitte! Was? Nein! Nein! Ach, komm! Ja, ja, hä, hä! Boah! Ja, knall da drin! Boom! Boom! Ja! Ah! Ey, das verdienst du so, du... Michael? Du siehst aus wie Michael. Egal. Das kann man... Das... Ja. Ja. Wisst ihr, was ich... Hä? Jetzt sagen würde, ich würde einfach mal auf Another City klicken. Oh, das hier sieht schon... Schon besser aus. Oh, hier muss ich gar nicht springen. Ja! Oh! Na, wenigstens ist hier ein bisschen... Ja, 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 ja! Mach! Knall! Boom! Boom! Ach, komm! Jetzt komm! Ja! Komm! Boom! Ey! Ey! Ja, knall ab! Batz! Boom! Schlag dir halt den Kopf auf! Aber... Ja, wenigstens das! Ja! Was... Was kommt jetzt? Soll ich... Ja, ich soll springen! Ja, 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 ja! Genau! Buh! Was? Ja! Ja, klar! Lauf runter halt! Ja! Oh! Ja! Hä? Nein! Nein! Und der steht nicht mehr auf! Nee, nee! Oh! Genau 99! Ja, ja! Ja! Bitte, bitte, bitte! Hä? Warum? Oh, komm, das kannst du mir doch gönnen! Genau nur das! Bitte! Ja! 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 Oh, ich hab' so Angst! Ey, ich hab' auf nix Bock! Was kommt denn jetzt? Ja! Von wo soll ich denn das wissen? Ja, knall da ab! Boah! Aber das Schöne ist, ich bin jetzt richtig motiviert, denn ich bin gespannt, was da noch kommt! Ja! 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 Oh nein! Nein! Oh, immer nur ein Stückchen weiter! Hm! Wenn ich nicht weiß, was kommt... Alter, in der Luft gesprungen! Ich hab' aber nix dagegen, ey! Ja! 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 Bitte! Ja! Oh! 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 Ja! Wo bin ich? You traveled! You have reached the... You have reached the wind point! Ja! Woohoo! Ah! Oh! Another city! Na, mal sehen, was ist das hier? Alter, das war jetzt knapp! Ah, genau, dazwischen, ne? Und, das ist auch ganz realistisch, ne? Ich halt mich immer mit meinem Eldenbogen irgendwo fest, wenn ich irgendwo runterfallen könnte. Und... Ja? Ich weiß halt wirklich nicht, was kommt! Hilfe! Ach, genau dazwischen gesprungen! Bum, bum, bum! Ich bin gerade in der Luft gesprungen. Aber... Ne? YOLO! Ja, nein! Nein! Ja! Ja! Hä! Hoho! 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 Hä, was ist das? Hä? Sie sind in... Ja, bro, hat er seinen Rücken jetzt ger... Hä? Der ist immer nach rechts gegangen. Egal, weiter. Ja, ja, mach, mach! Wie verhängt sich der? Oh, okay, irgendwie... Weißt du, auf was ich wollte, dass er auch mal seinen Kopf da... Irgendwo drin verhängt das hier, dann doch! Alter, muss das schmerzhaft sein! Ja! Ja! Und was machst du? Ja, das Fenster da, das müsste dann aufgemacht werden und dann... Ist halt gerettet. There was close. There was pretty close. Okay, there was very pretty... Very, very... In der Luft. Ey, habt ihr dat gesehen? Also, er müsstet's ja... Und wenn, dann würde ich... Alter! Was ist das für ein Spr... Was sind das für Sprünge? Ja, und wir sind erst bei 118. Was? Ja, nein, bitte, bitte, nein! Nein, 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 joo! Knall ab und jetzt rutsch runter! Ja! Super!